Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video hier auf Technik Casting. Heute gibt es ein kurzes Review über die Bluetooth-Tastatur von der Firma One by One für euch. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß! Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich einen USB-Hub von der Firma im Test und war bzw. bin es immer noch sehr zufrieden damit. Heute habe ich eine Tastatur von der Firma zugeschickt bekommen, die ich mir gerne etwas genauer ansehen möchte. Bevor ich nun ins Detail gehe, möchte ich euch meinen ersten Eindruck nochmal wiedergeben. Dieser war sehr positiv, aber ich war überrascht wie leicht die Tastatur ist. Das liegt daran, dass sie nahezu komplett aus Kunststoff besteht, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Klar ist die Tastatur sehr leicht und somit sehr angenehm zu transportieren, aber dadurch wirkt sie auch nicht so hochwertig wie zum Beispiel ein Modell, womit Aluminium verarbeitet ist. Dennoch gefällt mir das Gewicht, da ich der Meinung bin, dass man die Tastatur, wenn, eh meist unterwegs mit dabei hat und froh sein kann, wenn man nicht so viel Gewicht mit rumschleppen muss. Noch ganz kurz vorab, die Tastatur ist leider nicht wirklich Apple-freundlich und wie ihr wisst, besitze ich zu Zelfers ausschließlich Apple-Produkte. Trotzdem versuche ich auch auf die Vorteile dieser tollen Tastatur für die Android-User einzugehen. Aber zurück zum Produkt. Die Tasten haben einen sehr, sehr angenehmen Druckpunkt und nachdem ich mich daran gewöhnt habe, lässt es sich sehr schön flüssig auf der Tastatur tippen. Die Enter-Taste ist mir dabei etwas zu klein geraten, aber daran konnte ich mich auch schnell gewöhnen. Wie bei dieser Art von Tastatur üblich, besitzt auch die von One by One einige Zusatzknöpfe. Mit diesen können eine Vielzahl von Funktionen auf dem PC, Smartphone oder Tablet genutzt werden. Da ist zum Beispiel die Suchfunktion, die auch auf meinem iPhone sehr gut funktioniert hat. Aber auch Sperren und Entsperren funktioniert einfach gut. Ich habe mich mal in einigen Bewertungen auf Amazon schlau gemacht. Dort bemängeln Nutzer die geringe Reichweite der Tastatur, also die von der Bluetooth-Übertragung. Das konnte ich leider nicht feststellen. Bei mir wurde alles bis zu 6 Metern, also gute 6 Meter, sehr flüssig übertragen. Was natürlich leider nicht funktioniert, ist das eingebaute Touchpad. Mit diesem kann man die Maus auf dem Computer bewegen. Bei Smartphone oder Tablet tut sich da natürlich nichts, zumindest bei Apple. Neben dem Keyboard wird noch ein USB-Kabel mitgeliefert, mit welchem man die Tastatur wieder aufladen kann. Das muss man ca. nach 80 Stunden reiner Nutzung tun. Unbenutzt hält der 5000 mAh starke Akku laut Hersteller ganze 3 Monate. Das wäre doch mal was für ein Langzeittest. Naja, kommen wir zum Verbinden. In meinem Fall mit meinem iPhone 6 Plus. Ganz einfach, auf der Tastatur den On-Schalter betätigen und Fn plus C drücken. Schon leuchtet die blaue LED und im iPhone-Menü wird unter Bluetooth die Tastatur zum Koppeln angezeigt. Das Ganze funktioniert auch ganz normal auf dem Mac. Dann noch einen vierstelligen Key eingeben, die Enter-Taste drücken und fertig. Einmal eingerichtet hatte ich keine Probleme mehr und konnte loslegen. Nun noch zwei Highlights an dem Produkt. Das erste, in der Verpackung lagen noch sechs kleine weiche Knöpfe, die man an die Unterseite der Tastatur kleben konnte, damit sie nicht mehr so hin und her rutscht und es wird dadurch noch etwas bequemer auf der Tastatur zu tippen. Dieses kleine Feature gefällt mir, zumindest bei dem One by One, sehr sehr gut, denn die Firma achtet auf solche Kleinigkeiten und das, finde ich, ist was Besonderes. Bei diesem USB-Hub, den ich schon getestet habe, war auch ein Klettband dabei, sodass man den Hub am Tisch befestigen konnte und jetzt die kleinen Knöpfe. Toll! Mein nächstes und dabei auch letztes Highlight ist der Preis. 15,99 kostet das Produkt auf Amazon. Ein linkes wie immer, na gut, ihr kennt das. Der Preis ist für das Produkt super. Vielleicht nicht unbedingt für iOS-Nutzer, da das Touchpad nicht funktioniert, aber für alle anderen auf jeden Fall. Das war's fürs heutige Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Bewertung. Über ein Abo freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Peace out.